Hallo Freunde und willkommen zu GameTime. Heute mit dem Spiel? Wir haben uns Miley's Twerkball rausgesucht. Das ist richtig, richtig trashig. Ihr werdet es gleich sehen, das ist total der Müll, das Spiel. Aber wir fanden es auf jeden Fall sehr lustig. Wir erklären mal, glaube ich, kurz das Spielprinzip. Beim Spiel geht es darum, dass man halt mit Miley's Arsch diesen scheiß Ball oben twerk, den Wrecking Ball. Am Ende werden dann alle Punkte zusammengezählt und hier wird dann der Twerk, Master of the Universe, gekürt. Also schauen wir mal, wer hier am Ende am besten abschnappt. Schöne Steinpapier anfängt. So, ich fange an und die Musik hier ist schon mal echt geil. Da feiern so diese Nerds drauf, auf solchen 8-Bit-Partys. 3, 2, 1. Das leckt auch! Das stottert auch! AHHHHH! Scheiße! Okay, das war schon ein bisschen low. Es hat gestottert, ich weiß nicht ob man es gesehen hat. Mach nochmal, das war ungefähr. 3, 2, 1! Es stottert, es stottert! Es stottert! Es leckt! Wo war der Ball? Hä? Bist du dumm? Das ist doch mega easy! Jetzt bin ich dann, Alter! 7, es geht! Jetzt ist hier der Twerkmaster am Start! Ich glaube, wenn es 7 werde ich ganz schnell weghauen! Okay, los, los, los! Twerk'n Baby! Stopp! Ich will auch nochmal! Dieser Ball ist ja... Das hättest du sehen müssen! Dieser Ball fällt auf den Arsch! Ich drücke und die schleudert den nach unten! Okay, 2, 1, jetzt geht's ab, Alter! Oh! Hä, es stottert zu doll! Es stottert! Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr! Los, los! Ja, weite! Ja! Acht! Scheiße! Boah! Neun, Mist! Ah, ist sau schwer! Shit! Shit! Ich finde ja, die Miley ist eigentlich ganz geil! Ich weiß gar nicht, die wird ein bisschen gehatet, oder nicht? Ja, weil die so einen absichtlichen Image wechseln. Ja! So, ich würde auf jeden Fall sofort mit herum machen! Ja! Sofort! So, eine Sache muss ich kurz sagen. Da war ja neulich wieder Miley-Rauch-Joint in Öffentlichkeit. Mann, die sitzt zu Hause und lacht und die ganze Welt berichtet darüber. Ja, das ist so. Das ist so Werbung für die umsonst und die stellt sich hin. Hihihi! Und ey, wie viele Leute kippen! Diese Skandale, die ziehen auf jeden Fall immer wirklich! Ja, das ist auch crazy auf jeden Fall! Ja, aber ich feier die Miley! Würdest du nicht mit der rummachen? Das ist ein bisschen komisch! Nee! Wikes! So, die nächste Runde! Es steht 7 zu 9! Also wir haben die Handy-Punkte ja am Ende! Aber hier gibt's noch die zu holen! So, hier kommt jetzt der Truck Master! Nein, nein, das wird nichts! Jo, nee, das kann nicht sein! Was ist das für ein Lack gewesen? Was war das? Ey, Jan, der PC schafft nicht mehr so einen Browser! Was ist denn das? Ja, mach nochmal! Ja, los hier! Ich bin Ehrenmann, ihr wisst es! Ich mach mal gar nichts! Nein! Warte, warte! Ja! Ja! Miley! 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 Miley, du Nutze! Scheiße, nur 11! 11 ist schon neuer Rekord! Egal! Ich hol jetzt richtig viele Punkte! Ich mach jetzt über 30! So, jetzt geht's los! Hä? 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 Oh mein Gott! Jan, schau mal! Dieser Ball steckt im Rücken fest! Hä? Hä? Jan, schau dir das an! Was geht hier denn an? Schau dir das an! Was ist denn hier los? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ist das ein trashiges Game! So, jetzt geht's ab! Alter! So, los hier! Trick! Oh! Jetzt! Ja! Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Oh shit, Alter! Hä? Du hast so mehr Punkte bekommen! Sei mal da, ich muss mich konzentrieren! Ja! Oh nein! Woah! Komm Baby! Geil! Du hast ihn so hoch geschoben! Boah, fuck! Ich fick dich grad richtig! 25! Sau stark! Freunde, wir haben uns grad gedacht, diese Musik, die ist so trashy, da muss irgendwer ein Musikvideo zu produzieren und Mai lernt uns anrufen und uns gebeten, ob wir das nicht überleben können! Deswegen kommt jetzt hier unser trashigstes Musikvideo! So, kommen wir jetzt zur letzten Runde! Finale! Ich hatte 18 Punkte! Genau! Ich lieg ganz schön gut vor mit 34? Oh oh! Um das zu toppen, müsste ich irgendwie so... Du müsstest jetzt ne Megarunde legen! 40 oder so schaffen! Scheiße, Alter! Aber wir twirken again here! 3, 2, 1, twirken! Oh, Weixler! Oh! 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 Weixler, bleib dran! Oh, starke Runde! Oh, Killer Runde! Finale! Oh, oh, oh! Alter! Oh! Was? 3, 2, 1! Ja! Mann! Was? Ja! Alter, so viele Punkte habe ich jetzt... Oh mein Gott! Nein! Scheiße! Sau starke Runde! Hurenweilig! Auf jeden Fall sehr stark vorgelegt! Ich habe jetzt 59 Punkte! Sau spannend! Das heißt, liebe Freunde, ich muss jetzt mindestens 25 machen! Damit es Gleichstand ist? Um Gleichstand! Oh! Es bleibt spannend! Es bleibt spannend! Was? Was? 3, 2, 1, twirken! Twirk it out! Oh mein Gott! Hä? Ah! Schon 7, 8, 9! Hä? Das leckt ja gar nicht mehr! Ich habe den Ball in der Ecke ge... Oh, oh, oh! Was? 25! Nein! Oh! Nein! Ja! Scheiße! Scheiße! Alter! Ich leg noch schnell... Ah! Was? Alter! Oh mein Gott! Alter! Oh mein Gott! Alter! Ich habe den richtig unter Kontrolle! Oh mein Gott! 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 Was geht? Nein! Absolut! Ja! So! Kommen wir jetzt zu der Siegerehrung, liebe Freunde! Wir haben eine Tribüne aufgebaut, die natürlich ich jetzt beziehe mit meinen Millionen Punkten! Für den Vorkönig! Oh! So liebe Freunde, ich habe leider verloren! Aber das war's mit der heutigen Game Time und wir... Ah! Verpiss dich! Wir sehen uns dann nächsten Freitag oder Sonntag oder Dienstag oder Freitag oder Sonntag! Swing dein Ding, Freunde! Swing dein Ding! Let's go! Weellen es an horor. Bis zum nächsten ON!